Hey, ho meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Octodad. Ähm, ich bin der Meinung, wir haben eigentlich alles am Feuerholz gemacht. Warum muss ich das jetzt auch noch da reinschmeißen? Ist ich denn der Ernst? Ähm, okay. Ne, ist doch eigentlich, ach so, da ist noch eins gelandet. Okay, das erklärt natürlich alles. Und jetzt muss ich noch irgendwie da an meine Axt wieder rankommen. Dazu muss ich erstmal, ach, das Ding hier irgendwie weg. Ach, das brauche ich auch nicht. Jawohl, das brauche ich. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie ich die, äh... Ah, geil. Ähm, wie ich an... Natürlich nicht, da sind keine Eier mehr drin. Ich habe schon aufgegessen. Wie ich da oben rankomme, das müssen wir mir mal erklären. Ich weiß es nicht. Und jetzt so? Soll ich denn da oben rankommen, ey? Was machst du da? Oh mein Gott, ey. Okay. Vielleicht echt runterwerfen, ey. Aber da... Das ist doch nicht der Ernst. Egal. Wir gehen weiter. Das ist mir zu doof. Okay. Oh oh. Da mäht jetzt einer Rasen. Es ist Mittagszeit. Verdammt nochmal. Boah, haben wir's. Was? Was? Äh. Äh. Einfach ein bisschen rumdancen. Ups. Ähm, ja. Wir haben seinen Staubsauger kaputt gemacht. Honey, was ist passiert da oben? Hmm. Ähm. Ähm. Ich habe eine Überraschung für die ganze Familie. Ein freier Reise zum Aquarium. Yeah! Warum nicht? Ich weiß, dass du denken, dass Aquariums die Präsenz von Iniquität sind. Aber ich muss einen Artikel schreiben. Ah, das ist die Kräfte. Kannst du eine Ausnahme zu machen? Wie soll ich sagen? Für mich? Ah, blib, 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 blib. Hmm. Oh, äh. Groceries. Wir müssen nach der Karte. Wir müssen nach der Karte. Wir müssen nachdem, wie... Cereal für die Kinder. Right, Kinder? Wir haben schon Cereal. Ähm. So viel Cereal. Dann ist es befriert. Wir gehen nach der Karte. Ist ja auch völlig unverdächtig. Oh Mann, wie geil ist denn das? Schön bestechen rein, tödisch, wa? Und dann haut sie nur sowas raus. Ein Appel will sie. Oh Mann. Sie ist halt, ähm... Sie ist halt mit einfachen Dingen zufrieden zugegeben. Okay, na denn? Kein Problem. Wir sind ja von der... Hallo! Oh, äh... Dafür konnte ich jetzt nichts. Kumpel... Hallöchen, ich wollte dir nur die Hand geben. Oh, das sieht sehr interessant aus. Oh, Entschuldigung. Oh, ich benehme mich jetzt schon daneben. Äh, bla bla... Ähm, ja... Äh, es geht. Scheiße Pizza. Ähm... Da geht's nicht auf, okay. Aber... Oh. Ähm, die möchte ich haben. Ach, den halt nicht. Erstmal gucken... Ist das hier... Da ist da Pizza. Ganz viel Pizza. Ähm, warum darf ich nicht ran? Fährst du jetzt gemisch gegen, Oma? Ach so. Toll. Da ist aber nicht das... Das ist das, was ich brauche. Yeah. Tür. Ach, ich kann nichts machen an der Tür. Ach, scheiß Tür. Okay. Find the Pizza. Also muss sich irgendjemanden beklauen. Sehr wahrscheinlich. Wir gucken mal. Was haben wir dann hier hinten? Macht die Tür auf. Das sieht auch sehr interessant aus, aber da komme ich irgendwie nicht ran. Wie sagt das Fleisch? Geil. Wie sagt das Fleisch von Pflaster? Äh. 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 Sehe ich so aus? Oh, ich bin sorry. Does... Can anyone work here? Yeah. Cleaning. Okay. Siehst du, wenn die rote Licht ist, die Sprecher ist off. Das bedeutet, es ist sicher, dass ich darüber sprechen, wie wir unser Essen von... Was? Was ist das? Oh, jeiss. Äh. Was ich sagte, war es, dass es sicher ist, dass es darüber sprechen, wie wir unser Essen von... ...nachher. Gervisons. Was ist das da? Das leuchtet so verdächtig. Ich will das da hinten haben. Ich darf das nicht bekommen. Wahrscheinlich... Oh, guck mal. Minecraft ist der Ex. Äh, Leute, Schokoladen, Minecraft. Ich will... ...den Creeper haben. Oh, oh. Äh, geil. Wenn ich die nicht haben darf, darf die keiner haben. Nicht wahr, Octodad? Bist du da... ...meiner Meinung? Ups. Okay. Könnte sein, dass da jemand eine Pizza versteckt hat? Oh Gott, wie soll ich denn da raufkommen? Oh Gott. Ist nicht euer... ...ernst? Oh mein... ...Gott. Ja, ja, ja. Oh, gut. Sehr gut. Welches beiden war das? Ja, ja, ja. Ist egal. Ist egal. Wow. Oh. Oh. Oh! Wie man träumt hier... Alter, das kannst du vergessen! Hallöchen! Nischt? Ey... Ähm... Jetzt! Ja! Alter... Nein! Ich brauche meine... Meine Kinder brauchen ihre sugare Cereal-Tippe! Oh, oh! Ich glaube, die mag uns jetzt nicht mehr! Wir sollten uns... ...schleien! Nichts auf dem Weg machen! Und das brauchen wir auch! Aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme! Keine Ahnung! Okay! Jetzt! Okay! Nein! Lass es da! Lass es liegen! Ich muss nicht einmal alles anfassen! Die sind aber auch hier unaufgeräumt, oder? Nein! In so einem Markt würde ich ja eigentlich normalerweise nie einkaufen, oder? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist schwer! Oh Gott! Schön da... Ja! Nein! Ja! Ja! Und wieso komme ich da irgendwie ran? Nein! Das ist doch wesentlich zu hoch! Och, Mann! Ja! 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 Ich hatte das letzte Mal... Ach, Scheiße! Alter! Das reagiert aber auch so derbst! Okay! Ja! Oh Gott! Da muss ich echt hoch! Ja! Ja! Freunde, das sieht sehr gut aus! Komm schon! Komm! Der wackelige... Ja! Ja! Okay! Was fehlt uns noch? Einen perfekten Apfel! Und Pizza, naja... Gut, egal! Mit der Pizza müssen wir uns erstmal noch... Äh... Gucken! Oh! Hier sind schon wieder so viele... Oh! Geil! Ah! Scheiße! Geil! Äh... Wee! Oh Gott! Da! Wir haben ihn! Den perfekten goldenen Apfel! Hahaha! Oh Scheiße! Okay! Wee! Oh! Oh! Alter Schwede! Ist das ein Supermarkt? Mein Gott, ey! Ähm... Hm... Wie mache ich das mit den Pizzen? Hm... Ist das wirklich nur die hintere offen? Aber da ist doch keine Pizza, oder? Da war noch nur... Was ich... Oh, da kann ich... Ach so! Oh, süß! Hahaha! Geil! Jetzt gibt es auch Fische im Angebot! Ganz neu! Oktopus! Oh Gott! Hahaha! Geil! Hahaha! 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 Oh oh! Hahaha! Geil! Wir haben das Problem gelöst! Jawoll! Ist das ein geiles Game, ey Freunde! Wirklich! Hey, buddy! Get away from... Three sushi samples in the back! They are delicious! Was soll ich denn das bekommen? Guckt mal! Stimmt hier, von hier kam ich ja... Oh jeee! Nicht so viel Breakdancen! Ich will mich nur ganz kurz hinten und gucken... Wer war denn das? Also ganz ehrlich... Da muss aber jemand... Kacke gebaut haben hier! Uiuiuiuiuiuiuiui! Du siehst gar nichts! Guck mich doch gar nicht erst an, Mensch! Dann musst du das doch... Was soll das eigentlich sein? Yeah, geil! Oh Gott, lass was los Sushi, Sushi, Sushi Achso, na klar, von hinten vom Fleisch, aber Oh yes, die coole Brille Die hab ich nie aufgesetzt Oh, hallo Gibt's schon Frau Hä? Die Brille oder was? Ah ne, oder hier Ich trau ihn nicht Also ich würde jetzt an deiner Stelle nicht da reingehen Wir machen's aber Guck mal da Der hat in den Kartons, das sieht sehr verdächtig aus Können wir mal kurz gucken gehen? Ne Oh Gott, wir haben hier Eine ganze Menge Oh, riesiges Fleisch Oh Gott Jawoll Na, das müssen wir jetzt noch Ich werde dich in moderat repreised Sushi Oh oh Wir müssen abhauen Ganz schnell Aber wir sind das erst in der nächsten Folge, Freunde Also, ciao Nicht vergessen, Freunde, mir noch ein Komi zu hinterlassen Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch Also, wir werden hier noch einen Komi-Aribe machen hören Also, so ist die Frage